Am vierten Tag der Allianz Kundler German Juniors hatten die im Turnier verbliebenen Teilnehmer bei ihren Viertelfinals alle einen zweiten Gegner, den stürmischen Wind. Er nahm manchem Schlag die nötige Länge oder trieb die Filzkugel weit ins Aus. Auf diese Bedingungen hatte sich die Dortmunderin Jule Niemeyer, die letzte deutsche Miniorinnenfeld, gut eingestellt. Mit gut dosierten Schlägen, einigen Assen und nur wenigen Fehlern warf die achtgesetzte in zwei klar gewonnenen Sätzen die Französin Clara Burell aus dem Wettbewerb. Ins Halbfinale spielte sich auch die ungesetzte Italienerin Elisabetta Contiaretto. In einem spannenden Dreisatzmatch gegen die im Juniorinnenranking um gut 30 Plätze besser platzierte Luxemburgerin Eleonora Molinaro war sie die Akteurin, die weniger Fehler machte, dem Wind trotzte und ihre Gegnerin viel laufen ließ. Ich bin gut gestartet und habe mein Spiel gespielt. Im zweiten Satz habe ich nicht so gut begonnen. Genauso im dritten Satz. Aber danach habe ich mein bestes Tennis gespielt. Und ich bin einfach nur glücklich. Bei den Junioren spielte sich der Brite Aidan McHugh souverän in die Vorschlussrunde. Er besiegte den Italiener Giulio Tepieri glatt in zwei Sätzen. Ich habe generell versucht aggressiver zu sein mit meinem Aufschlag. Durch den Wind war es ein bisschen schwieriger heute im Steffi-Graf-Stadion. Es ist ein großer Platz. Man musste clever sein. Ich habe versucht meinen Aufschlag und meine Vorhand so oft wie möglich zu nutzen. Auch Top-Talent Rudolf Molica zog in die Runde der letzten vier ein. In seinem vierten Spiel bezwang der Rot-Weiße Simon Carr die Nummer 5 der Setzliste. Molica hatte mehr Widerstand gegen den Iren zu brechen, als ihm lieb war. Der technisch versierte, taktisch mit allen Wassern gewaschene und druckvoll spielende Carr machte den Berliner das Leben schwer. Es war für Molica ein hartes Match. In den entscheidenden Momenten behielt Rudi aber einen kühlen Kopf, jagte seinen Kontrahenten von einer Ecke in die andere und machte letztlich den Punkt. Hier mit einer präzise geschlagenen Vorhand die Seitenlinie entlang. Der Beifall der zahlreichen Zuschauer tat ihm sichtlich gut. Breaks und Rebreaks bestimmten den zweiten Satz. Nach dem verwandelten Matchball ballte Molica dann doch die Siegerfaust. Ja, wir sind natürlich froh, dass wir gewonnen haben. Darum geht es ja letztendlich auch. Aber an einigen Stellen hätten wir uns ein bisschen besser gestalten können und ein bisschen auch vereinfachen können in unsere Richtung. Hat dann ein paar Chancen liegen lassen. Dann wurde es halt unnötig knapp. Und dann kann es eben auch mal sehr eng in einen dritten Satz gehen, was wir natürlich vermeiden wollten. Insofern bin ich froh, dass wir den Zweiten gewonnen haben. Mit den vier Halbfinals in den Einzelnen und den Endspielen der Doppelkonkurrenzen sind die 41. internationalen deutschen Jugendmeisterschaften auf die Zielgerade eingebogen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017